Du studierst Erziehungswissenschaft oder Pädagogik und suchst Literatur für dein Referat, deine Hausarbeit oder Abschlussarbeit? Dein Dozent sitzt dir im Nacken. Du brauchst eine Literaturliste für deine wissenschaftliche Arbeit? Das Fachportal Pädagogik ist dein Einstieg in die fachliche Recherche. Du findest im Fachportal die für dein Thema wichtigen Bücher und Zeitschriftenartikel. Es liefert dir nur hochwertige und zitierfähige Quellen. Damit ist es zuverlässiger als eine Suchmaschine. Deine Fundstücke kannst du direkt speichern. Zum Beispiel mit den Literaturverwaltungsprogrammen Citavi oder Zotero. Das Fachportal Pädagogik zeigt dir nicht nur, welche Literatur es gibt, sondern auch, wo du sie findest. In deiner Bibliothek vor Ort, zum Bestellen oder direkt am Bildschirm. Dein gewünschter Titel ist in Deutschland nicht verfügbar. Dann springt der Fachinformationsdienst ein und besorgt Quellen aus dem Ausland. Also denkt dran, wenn die Abgabefrist für die nächste Hausarbeit näher rückt, ab zum Fachportal Pädagogik. Überschuss 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 Untertitelung des ZDF, 2020